Die Kerngeschäfte der Firma GLOM sind Transporte und Lagerung. Wir bieten Transporte mit allen Verkehrsträgern an. Zum einen per Lkw innerhalb Deutschlands als auch in Europa. Darüber hinaus organisieren wir Überseetransporte per Schiff, per Flugzeug, aber wir nutzen auch das Binnenschiff und die Bahn. Wir bieten verschiedene Lagerformen an. Die Flüssiglagerung, die Gefahrstofflagerung, die Kühllagerung von Lebensmittelrohstoffen, aber auch Bulklagerung mit anschließender Silierung. Darüber hinaus bieten wir weitere Lagerdienstleistungen an. Als Standortleiter bin ich dafür verantwortlich, dass sämtliche Abläufe reibungslos vonstatten gehen. Zu den Besonderheiten an diesem Standort in Neuwumsdorf gehört zum Beispiel, dass wir hier Silo-Lkw beladen. Die flüssige Ware wird mittels einer Hochleistungskumpe in die Silo-Tanks gepumpt. Dieser Ablauf ist für unser GLOM-Team mittlerweile Routine. Bei GLOM ist ganz klar das Motto, geht nicht, gibt es nicht. Wenn es noch irgendwie eine Möglichkeit gibt, werden wir diese Lösung finden und setzen dies für den Kunden auf jeden Fall um. Wir betreiben einen eigenen Fuhrpark, den wir stetig erweitern. Mit unserem modernen Shuttle-Regal-System sind wir sehr schnell und effizient bei der Ein- und Auslagerung. Dieses intelligente System ist in der Lage, genau die Anzahl an Paletten rauszufahren, die ihm vorher vorgegeben wird. Wir stellen uns den aktuellen Herausforderungen, wie zum Beispiel Zeitfensterbuchungen und Staumanagement. Auch besondere Aufträge sind für uns kein Problem. Wir haben zum Beispiel für einen Großkunden Break-Bulk-Schiffe bei uns entladen, eingelagert und später verteilt an die Endkunden. Selbstverständlich verfügen wir auch über eine gekühlte Lagerhalle, in der wir entsprechende Güter einlagern können. Mit unserer großflächigen PV-Anlage sind wir jetzt auch energietechnisch auf dem neuesten Stand. Unsere Stärke liegt in unserer Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und unserer langjährigen Erfahrung in der Branche. Wir erweitern stetig unsere Server-Kapazitäten und halten zwei Glasfaserleitungen vor. Dies ermöglicht uns eine schnelle und sichere Auftragsabwicklung. Trotz fortschreitender Digitalisierung, die natürlich auch bei uns im Hause stattfindet, legen wir großen Wert auf persönlichen Kundenservice. Dafür stehen unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit ihrem Know-how jederzeit zur Verfügung. Die Firma Glom ist in den letzten Jahren personell stark gewachsen und das Teambuilding unter den Mitarbeitern ist für uns enorm wichtig. Neben der täglichen Arbeit kommt das Persönliche untereinander auch nicht zu kurz. Wir haben unser jährliches Sommerfest. Die Abteilung könnte individuell Aktivitäten planen. Solche Events wirken sich natürlich positiv aufs Teambuilding aus und verbessern unsere Zusammenarbeit. Was mir besonders gut bei der Firma Glom gefällt, ist, dass man sich bei den komplexen Abläufen immer auf das Team verlassen kann. Wenn ich mir heute unsere Standorte ansehe und einen Vergleich zu früher ziehe, dann ist es doch sehr beeindruckend, was sich verändert hat. Es freut mich immer, wenn ich hier durch die Hallen gehen kann und sehe, welcher Fortschritt stattgefunden hat. Bis zum nächsten Mal.